Musik Anayo beim Musiksommer im Münchner Olympiapark. Über 50 Acts in rund vier Wochen locken die Fans zu dem Festival. Als Top-Act spielen Anayo zum Abschluss. Die beiden Shows, die wir hier schon gespielt haben vor ein paar Jahren, waren der Wahnsinn. Und München ist eh eine kleine Hochburg von uns, würde ich sagen. Und von daher ist es schon ein Highlight, auf jeden Fall. Musik Gute Laune Pop oder melancholische Klänge. Die Anhänger wissen, was sie an Anayo haben. Musik Die Texte und dass sie ein bisschen unkonventioneller sind und ihr eigenes Ding mehr durchziehen ist, die eigene Meinung auch vertreten. Ja, ist einfach so schön fröhlich und kann man gut drauf tanzen. Gute Texte zum Mitsingen, coole Melodien und ja, gefällt mir einfach. Augsburg, eine Autostunde von München entfernt, die Heimatstadt von Anayo. Vor zwölf Jahren gründen sie hier ihre Band. Sänger und Gitarrist Oliver Gottwald, Bassist Michael Schmidt und Drummer Ingolf Nössner. Ungeschliffener Indie-Pop und der Mittelalter-Charme der zweitältesten Stadt Deutschlands. Wie passt das zusammen? Ich glaube, dass Augsburg uns dabei geholfen hat, wirklich bei uns selber zu bleiben. Klar erlebt man hier vielleicht nicht so viel wie jetzt in Berlin oder in Hamburg oder auch in München und so. Aber man hat eben wirklich die Zeit, sich auf die Musik zu konzentrieren. Wenn du nur wüsstest, was du für mich bist und wie mich das auffrisst und wie mich das klärt. 2007 landen sie ihren größten Hit, Wenn du nur wüsstest. Die gemeinsame Single mit Susi Kerstgens von der Band Klee klettert in die Charts. Gemeinsam mit der Big Band der Universität Augsburg geht das Trio 2009 auf große Tour. Festgehalten wird das Experiment auf dem Album Anayo und das Poporchester. Im Proberaum in Augsburg werkeln die Mitreißiger an neun Songs. Mehr als 500 Konzerte haben sie schon gespielt. Viel Proben müssen sie dann nicht mehr, behaupten sie. Also ganz am Anfang haben wir schon geprobt, weil wir einfach von den spielerischen Fertigkeiten nicht so gut waren. Irgendwie muss man ja üben, dass man spielen kann. Mittlerweile sind wir einfach saugut und müssen nicht mehr proben. Naja und die Fehler, die sich dann manchmal natürlich doch einschleichen, die sind ja ganz bewusst gesetzt. Die machen dann noch quasi die Runden das Ganze. Das sagen wir jetzt mal so. Meine Wege heißt die erste Single vom aktuellen Album Drei. Den Clip dazu haben sie in einem Hotel in Berlin gedreht. Zurück in München. Soundcheck vor dem Auftritt. Wenn die drei keine Gigs spielen, verdienen sie ihr Geld wie Oliver als Mitarbeiter bei einem Versandhaus. Ingolf als Toningenieur und Michael als Webdesigner. Ihre größte Leidenschaft bleibt aber die Musik. Ja, ich würde das sehr gern noch intensiver machen und könnte da, glaube ich, auch mich Tag und Nacht beschäftigen. Aber im Moment geht's ja nicht. Auch wenn der Rubel noch mehr rollen könnte, entschädigt werden Anaya durch ihre begeisterten Fans. So wie auch an diesem Abend. Vielen, vielen Dank, München. Wir lieben euch. Wir lieben euch.